So, wir sind heute in der Akademie hier in der Deutschen Pop und der Schminkurs hat sich heute die Aufgabe gemacht, Glatzen zu schminken und wir haben mit dem Fotokurs die glorische Aufgabe, das zu fotografieren und abzulichten. Und davon zeigen wir euch heute mal Treibend. So, was machen wir heute? Glatzenshooting! Richtig, das bedeutet nicht, dass wir wieder ein erstklassiges Licht gesetzt haben, sondern, was habt ihr da? Glatzahn, bald, Kett. Glatzahn! Glatzahn! So, was erwartet ihr von den Fotografen? Ja, wir haben einen grauen Hintergrund schon mal. Nein! Sanktürdige Show! 0women Il Spot Garugrafen Untertitelung. BR 2018 Ich will nur wissen, dass alles wirklich passiert. Natürlich ist es.